2 zu 0 nach 40 Minuten. Wie erlösend war die Führung, die Sie jetzt hier angebracht haben? Ja, sehr. Ich meine, wir waren nicht unbedingt das bessere Team. Und mit Powerplay konnten wir das Goal schiessen. Und nachher haben wir sie einmal auskontert und ich habe das Gefühl, wir haben einfach die Chancen genutzt und sie nicht. Am Schluss wurde es noch einmal ein bisschen heiss in der eigenen Zone. Wie haben Sie die ganze Situation gesehen? Ja, es ist ein paar Mal heiss geworden, aber Joren ist wieder in Topform. Und ein wenig Glück haben wir auch und ich hoffe, es kommt noch gut. Danke vielmals.